Grüß dich und willkommen zur TAP. Herausforderung in Blue City 6 am 16.08.2023 auf der Karte. Affenhaue, Schwierigkeitsstufe, leicht, aber so leicht ist die gar nicht. Und das sind die Regeln, du darfst einen Affen platzieren, hast knapp 2000 Affendollar Startgeld. Ein Startleben, das ganze Spiel zieht sich in Runde 40 ab. Hier kommt ja der Moab, Affenwissen ist hier deaktiviert. Okay, los geht's! Hier gibt es unterschiedliche Lösungen und ich zeig dir zwei davon. Nimm zuerst einen Sniper und platzier ihn irgendwo hin auf dem Bildschirm. Dann machst du als Verbesserung die Stufe 2 auf der ersten Reihe. Sagst dir bei Zielvorgabe stärkster Gegner. Jetzt kannst du dein Spiel erstmal schnell laufen lassen, sobald der Moab aufgeplatzt ist und alle Keramik-Bloons weg sind. Nämlich jetzt verkaufst du den Sniper, nimmst einen Droiden, platzierst ihn hier hin, machst als Verbesserung auf der ersten Reihe die Stufe 2 und auf der letzten Reihe die Stufe 1. So, die ganzen Bloons, die da noch hinterher kommen, werden von unserem Droiden erledigt. Und das ist auch schon der Sieg. Ich bekomme hier 90 Affendollar und einen Fallschutzschützen mit 020. Die zweite Lösung ist ein bisschen schwieriger, aber dafür kannst du das alles mit einem einzigen Affen schaffen und zwar mit dem Zauberaffen. So, platzier deinen Zauberaffen hier an diese Stelle hin. Achte auf meinen Einsatzradius. Der wird so nah wie möglich an diesen mittleren Weg hier platziert. Das ist ganz wichtig. Und dass er zur Hälfte diesen Weg hier noch abdeckt. Dann machst du als Verbesserung 2, 2 und 0. Und dann setzt du dein Feuer, diesen Feuerwall meine ich, erstmal hier an diese Stelle hin. Ganz wichtig. So, jetzt kannst du dein Spiel erstmal schnell laufen lassen. Sobald der Moab hier aufgeplatzt ist, solltest du es langsam laufen lassen. Sobald die Bloons hier vorbei sind, klickst du auf dein Fadenkreuz und setzt deinen Feuerwall hier an diese Stelle hin. Das ist ganz wichtig. Die ganzen Bloons, die hier jetzt angeschwebt kommen, werden von diesem Feuerwall zum Platzen gebracht. Und die restlichen Bloons werden noch durch dieses Arkangeschoss auch zum Platzen gebracht. So, das ist Sieg Nummer 2. Und dummerweise bekomme ich hier leider nichts mehr. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus. Bis zum nächsten Mal.